2009 haben wir den ersten Renault ein gebrauchtes Fahrzeug, ein junges Fahrzeug gebraucht gekauft und es hat uns sehr überzeugt, es war sehr zuverlässig und kurz darauf Anfang 2010 sind dann die ersten Neufahrzeuge gekommen und wir haben jetzt in diesen zehn Jahren der Zusammenarbeit mit Renault eigentlich durchweg positive Erfahrungen aufgrund der Zuverlässigkeit. Wir lieben die Individualität der Fahrzeuge. Autos sind für uns im Gesamtkonzept komplett wirtschaftlich unerreicht von anderen Fabrikaten, deshalb ist die Marke Renault auch bei uns in den letzten zehn Jahren unangefochten Nummer eins in der Fuhrparkgröße. Derzeit sind knapp über 70 Renault Fahrzeuge im Fuhrpark und das ist die Begründung für die Wirtschaftlichkeit und die Zufriedenheit und vor allen Dingen ist hervorzuheben die besonders gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von Renault vor Ort hier, die uns betreuen, die über die ganzen Jahre hervorragend waren. In erster Linie, wenn man an Fahrzeugeinkäufe denkt, denkt man erstmal an harte Zahlen, Daten, Fakten. Die sind tatsächlich auch schlussendlich am allerwichtigsten. Was aber eine zweite sehr wichtige Rolle spielt, ist immer, dass man ein Team hat, ein Verkäufer-Team, ein Vertriebsteam, was hinten dran steht, was sich mit dem Produkt selbst identifizieren kann, was das Produkt kennt und was auch uns als Käufer, als Kunden sehr gut kennt, weiß worauf wir viel Wert legen und das hat der Roman Schmidt über die Jahre hier sehr gut geschafft, immer wieder unter Beweis zu stellen, dass er genau weiß, worauf wir Wert legen, was wir möchten, was wir brauchen und uns passende Angebote zu machen und das passt und dann wächst man da über die Jahre natürlich zusammen durch die Zusammenarbeit. Wir pflegen zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Lieferanten sehr gute Zusammenarbeit und das schaffen wir auch mit Renault Trucks.